Und das war unsere Tagesschau um 12. Hier übernimmt jetzt das Team vom ARD-FÜB und wir sind dann um 14 Uhr wieder da. Bis nachher. Das war unsere Tagesschau um 12. Jetzt übernimmt hier das Team vom ARD-FÜB-Buffet und wir sind um 14 Uhr wieder da. Bis nachher. Und das war unsere Tagesschau um 12. Hier übernimmt jetzt das Team vom ARD-FÜB. Wir sind dann gegen 14 Uhr wieder da. Bis nachher. Untertitelung des ZDF, 2020